Damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World und es geht, glaube ich, ins große Finale. Was ist das große Finale? Ich bin so kaputt, hätte ich doch nur 30 Grinseblumen. 30. Jetzt fangen sie echt schon an zu übertreiben. Hat jemand gezählt, ob es wirklich 30 sind? Nein? Okay, ich auch nicht. Hier geht's blendend. Hier auch sofort aus dem Kopf. Ah, vielen Dank. Wie hast du es denn hierher gefunden? Ah, auf der Suche nach Traumgebänen, verstehe. Ah, und ich habe etwas Schlimmes, wenn man das zu Boden fallen sieht. Gleich da hinten. Immer weiter gehen, dann stößt man genau drauf. Der Kerl in blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung. Tschummerland, wir kommen. Jawohl. Da ist es, das große Finale. Das grand Finale. Schlimm sind. Wow. Wow. Was haben die Yoshis nicht wirklich jetzt gemacht, oder? So dumm sind die nicht gewesen. Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume, seine Habgierigkeit werden wahr. Ah, und es war all unsere Mühe wert. Endlich. Los, mach schnell. Ich will, dass mein Traum wahr wird. Hm, so sei es. Eure Überheblichkeit. Nur zu, was ist euer Traum? Ich will den größten, bösesten und coolsten Roboter. Oh, oh. Oh, oh. Ah, okay. Der große König Bowser. So, gucken wir mal, was war jetzt, ähm... Okay. So. Ähm. Okay, ich weiß aber nicht, wohin ich werfen muss. Okay, da schau mal nicht hin. Oh, ich muss dein Auto kaputt machen. So. Okay. Bam. Okay, im Prinzip verstanden. Wow. Oh, nein. Es sind keine 100% mehr. Oh, oh. Oh, oh. Okay, das ist... So weit ist es ja verständlich. Äh, Moment. Nein. Wow, 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 wow. Ähm. Verdammt, ich kann nichts machen. Wo sind sie? Wo sind sie da? So. Bam, erwischt. Moment, jetzt wird er schon wieder größer. Okay. Und andersrum. Und wieder andersrum. Wow. Okay. Ähm, oh verdammt. Ah, ich darf die gar nicht erst berühren. Und dafür krieg ich 5 Schaden? Wollt ihr mich verarschen? Ah, verdammt. Zack, 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 zack. So, jetzt kommen wieder die Raketen. Äh. Wow. Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, oder? Ja, die Hälfte. Hm. Das ist so einfach. Ich glaube nicht, dass das der finale Boss war. Was hast du seiner Herzherzigkeit angetan? Keine Sorge, ich helfe euch, eure Hilflosigkeit. Oh, oh. Traum, Sonne. Gib seine Hoheit noch mehr Kraft. Oh, ich habe es wohl übertrieben. Ja, es muss wieder ein riesengroßer Bowser sein, ne? Es muss wieder ein riesengroßer Bowser sein. Riesengroßer Bowser Junior. 999, 999, 999. Mega Baby Bowser. Okay, ist halt Baby Bowser, nicht Bowser Junior. Meine Güte. Ähm. Danke, ich hätte gerne was, äh, aufbauendes, ähm. Jawohl, okay, so geht's. Dann haben wir wieder die Sternchen. So. So. Okay. Kaboom. Das ist nicht seine Energie, oder? Das ist doch echt jetzt ein schlechter Scherz. Okay. Jawohl, äh, doch, das ist seine Energie. Och, nö. Ja, geil, jetzt geht das die ganze Zeit so hin. Und ja. Ach. Das kann ich auch machen. Okay. Jawohl. Komm her. Oh. Boah, nett. Kaboom. Na, komm. Yes. Okay. Vielleicht schaffe ich doch noch die 100%. Wow. Ah, da ist ja noch so ein Stein. Okay, jetzt muss ich ja ein bisschen ausweichen. Ähm. Oh. Moment. Hä, was? Das ist ja ganz komisch. Das ist ja ganz komisch. Ja. Wow. Gut, und jetzt machen wir ihn platt. Und, bam. Und nicht schon wieder die Sonne 1 sind auseinander. Och, nö. Was soll das? Find ich gut. Wie kannst du es wagen, seiner Hochlichkeit so etwas anzutun? Das wird nichts ungesühn bleiben. Ach, wie die Joshi ist nicht freund. Wow. Ach, jetzt sehe ich das auch erst mit den Farben erst richtig. So bekamen die Joshis endlich ihre Traumsonne zurück. Zusammen träumten sie. Dass sie zu ihrer Insel zurückkehrten. Untertitelung. BR 2018 Wir können auch den Weg zurücknehmen eigentlich zu Fuß, aber Sind ja auch zu Fuß mit der Sonde hingekommen, ne? Also gut, alle wieder zurück So, jetzt würde man sagen Das war's Aber wir kennen Nintendo, wenn es nicht noch eine Spezialwelt geben würde Und ja, Goodfeel hat das Ganze entwickelt In Zusammenarbeit mit Josuke Suda Und ähm Ich muss sagen, das Spiel selber Optisch wirklich top Abwechslungsreich, kein Ding Aber Wie schon öfters gesagt Ich hab noch eine Bitte, 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 ich hab noch eine Bitte Aber wahrscheinlich wär's dann ein bisschen zu schnell gewesen, weil man wollte ja auch ein paar Dialoge haben Aber trotzdem, optisch Leute, wirklich top, ja? Und das ist das erste Spiel von Nintendo in der Unreal Engine Das darf man jetzt auch nicht vergessen Das ist ein sehr wichtiger Aspekt und ein erster Schritt für Nintendo auf den richtigen Weg Offener Auch für andere Engines zu sein Und das haben sie mit der Switch bewiesen Und das machen sie jetzt hier an dieser Stelle auch Das ist einfach Wunderbar Guckt euch das Ganze an Hier nochmal Wie schön, dass hier alles in Szene gesetzt wird Der ganze Rückweg Und Ja, hier sind Level dabei, wo ich mir denke Boah Aber auch Level, wo ich mir denke Ja, geil Die waren richtig lustig Hier auch eine Anspielung Joshis Volleyball Darf man auch nicht vergessen, ja? Also es waren auch sehr viele Easter Eggs dabei Ja, und ich freu mich eigentlich schon auf das nächste Yoshi-Spiel Wenn man mal ehrlich sind Ja, selbst wenn ich da diesen Schnuffel Das hat mich auch schon Ja, ja, Schnuffel Ähm Ja, aber trotzdem Vielleicht versteht ihr, was ich meine Ja? Wirklich ein Top-Spiel Ein tolles Spiel Das hat wirklich riesig Spaß gemacht Und Was soll man anderes sagen? Nintendo weiß wirklich, was Spiele sind Ja? Die wissen richtig, wo Herzblut reingehört Das gehörte hier in Yoshi definitiv rein Guck gerade Nintendo of Europe Localization Ah, Yen Andrea Yen Ja, Deutsch Hundertprozentig Und Victoria Valeria Becker Auch Deutsch Nintendo Hong Kong Limited EQ China Limited IQ Okay Nintendo of Korea Also ihr seht auch, in welche Sprachen das übersetzt wurde Testing und QA Mario Club Co Pole2Win Co Noa Noe EQ Pole2Win Singapur und Korea Special thanks to Yamamura Tamura Mitsu Lotz Ming Na Und Management GoFu Association Producer Tezuka Takashi Tezuka Genau Takahashi Und Furukawa Also wirklich Nintendo ein Top-Spiel Aber wir alle wissen Das ist noch nicht das Ende Denn Was ist ein Yoshi Oder ein Mario-Spiel Ohne eine Spezial-Welt? Die Yoshis ging alle nach Hause Und lebten glücklich weiter Danke fürs Spielen Äh, ja Aber wir sind noch nicht fertig Also wenn Nintendo jetzt wirklich Hier Ende macht Dann wäre ich sehr enttäuscht Sehr enttäuscht Äh, gut Land der Mysterien verfügbar Irgendwo in der Welt ist das Land der Mysterien erschienen Versuche es zu finden Herausforderung angenommen Du kannst jetzt im Boss-Level neue Boss-Missionen erfüllen Gut Ähm Das Land der Mysterien werde ich mir noch anschauen Die Boss-Level Ich weiß nicht, ob ich es machen werde oder nicht Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich Sag bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Trott Rhein Tschö, tschö Sag bis zum nächsten Mal אפ g